Ich habe vor kurzem mal einen Witz gehört. Was haben das Deutschland, der Ampel und das Star Wars Franchise gemeinsam? Beides ist geführt von Menschen, denen Agenda und Selbstverwirklichung wichtiger ist als die Leute, für die sie eigentlich da sein sollten. Es ist kein Geheimnis, in welchem Zustand sich das Star Wars Universum aktuell befindet. Dank der Herangehensweise von Kathleen Kennedy seit ihrer Ernennung zur Lucasfilm-Präsidentin im Jahr 2012. Wie lautet diese Herangehensweise? Kurz gesagt, George Lucas-Helden eines bestimmten Geschlechts klein zu machen und ihnen jegliche Form von Heldentum zu nehmen. Was als einzige Möglichkeit angesehen wurde, neuen Figuren mit den richtigen Merkmalen eine Bühne zu geben. Ob nun die Sequel-Trilogie oder solche Perlen wie Obi-Wan Kenobi oder auch die zukünftig geplanten Projekte, in allen wiederholt sich ein bestimmtes Muster. Und wenn man als Fan diese Herangehensweise eher seltsam findet, dann wurde man bisher schnell mal verallgemeinert als Rassist, Sexist oder welches ist auch immer bezeichnet. Und so ging es im Prinzip schon seit Jahren. Aber dann ist vor einigen Tagen etwas ganz Interessantes passiert. Daisy Ridley, die Schauspielerin, die Rey in den Sequels verkörpert, eine der wohl ungeliebtesten Star Wars Figuren überhaupt, hat zu der pauschalisierenden Diffamierung jedes kritischen Star Wars Fans Stellung bezogen. Und ihre Aussagen sind ziemlich überraschend, weil sie so gar nicht mit der aktuellen Linie der Lucasfilmführung zusammenpassen. Und darum soll es auch heute in diesem Video gehen. Schön auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Es war bereits 2019, dass der letzte Star Wars Kinofilm veröffentlicht wurde. Wobei Rise of Palpatine als letzter Film der Sequel-Trilogie gut eine Milliarde weniger eingenommen hat, als der erste Film der Sequel-Trilogie, das Erwachen der Macht. Was zusätzlich zu seinen sehr lauwarmen Produktrezeptionen nicht unbedingt für den Film oder generell für die Sequel-Trilogie allgemein gesprochen hat. Tja, aber dass Rey zu einem der unbeliebtesten Star Wars Charakteren überhaupt geworden ist, kümmerte Kathleen Kennedy leider eher offensichtlich weniger. Ihre Herangensweise lautete seitdem auf jeden Fall nämlich immer mehr, mehr, mehr von genau demselben. Dass Fans, die an einer solchen Herangensweise Kritik üben, von Filmemachern oder von Studios sehr schnell und sehr pauschalisiert irgendwelche Namen gegeben werden, ist übrigens kein auf Star Wars begrenztes Phänomen. Einige andere Beispiele hierzu wären Rings of Power. Ihr mögt Galadriel nicht, nur weil sie eine der wohl unsympathischsten, egozentrischsten Figuren der modernen Popkultur ist. Nein, der Grund, warum ihr sie nicht haben könnt, ist, dass ihr Frauen nicht in einer Liederrolle sehen könnt, ihr Sexisten. Ja, Moment, aber ich fand viele Frauenfiguren in Liederrollen eigentlich ziemlich top, aber Galadriel ist eben... Oder Woman King als anderes Beispiel, wo im Zuge der Promo-Tour die Hauptdarstellerin Viola Davis alles und jeden als Rassisten bezeichnet, die ihren Film nicht ansehen möchte. Wenn ihr es nicht sehen könnt, dann sendet ihr ein Messer, dass black women nicht die Boxoffice globalen können, dass ihr diese Narrative unterstützt. Einen Film, der, wohlgemerkt, nichts anderes ist als die reinste Geschichtsverzerrung. Es ist die Geschichte der Agoshi, einer weiblichen Spezialeinheit im 19. Jahrhundert in Westafrika, die auf wahren Begebenheiten beruhen möchte. Die Fraueneinheit wird in dem Film als praktisch unbesiegbare Spartaner-Einheit gezeigt, die durch nichts und niemanden besiegt werden können. Ihr Ziel ist es in dem Film, ihre eigenen versklavten Leute aus den Händen der weißen Sklavenhändler zu befreien. Klingt ja alles nach einer tollen Story, wenn man dieses auf einer wahren Begebenheit beruhend weggelassen hätte. Denn in Wirklichkeit war die Agoshi, die es tatsächlich auch im echten Leben gegeben hat, eine der skrupel- und gewissenlosesten Einheiten überhaupt, die historisch belegtermaßen ihre eigenen Leute nicht gerettet, sondern selbst versklavt und verkauft hatten. Und außerdem waren sie weit weg von einer wirklichen Eliteeinheit gewesen, wie sie im Film dargestellt worden sind. Der Großteil ihrer Truppen nämlich wurde von den Franzosen im Jahr 1882 nur mit Bayonetten vernichtet. Die Agoshi verloren dabei fast 500 Soldaten, die Franzosen sechs. Aber zum Thema von Hollywoods aktuellen Versuchen des Geschichtsrevisionismus haben wir schon einige Videos gemacht, die wir euch in der Infobox verlinken. Gut, bei Star Wars haben wir diese Vorwürfe im Prinzip bei fast jeder Produktion Post-2015 gehört. Abgesehen von einigen Ausnahmen vielleicht wie Rogue One. Was seltsam ist, weil die Hauptrolle dort doch auch von einer Frau besetzt gewesen ist. Vielleicht, weil es daran gelegen hat, dass Gin in Rogue One nicht ansatzweise so selbstherrlich und unfehlbar dargestellt worden ist wie Rey in den Sequels? Weil sie als Figur Sinn gemacht hat und stimmig war, anstatt als Sprachrohr für seltsame moderne Hollywood-Kennedy-Ideologien herhalten zu müssen? Aber nein, wahrscheinlich waren die toxischen Fans zur Zeit des Rogue One-Releases schon in Weihnachtsstimmung und haben sich deshalb gut zurückgehalten. Und weil die Fans toxisch sind, musste man ihnen einfach zeigen, dass Toxizität keine Lösung ist und so macht man bis heute munter auf dem Sequel-Trilogie-Kurs weiter. Man schenkt dir uns Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Eine Serie, in der uns endlich gezeigt wird, dass Obi-Wan im Grunde ein alter Trottel ist und eine 10-Jährige und vieles klüger und weiser ist als er. Weil man sich genau aus so einem Grund eine Serie über Obi-Wan Kenobi ansieht. Man schenkt dir uns außerdem Ahsoka, in der Ahsoka vor lauter Übercoolness und Lässigkeit vergisst, auch mal ein bisschen greifbaren Charakter zu zeigen. Zudem können wir uns auf The Acolyte freuen, eine Serie, für die Harvey Weinsteins ehemalige Assistentin Leslie Hadland Regie führt und die sich, wie wir beim Star Wars Celebration Day 2023 gelehrt haben, endlich gegen das Patriarchat richten wird, das das bisherige Star Wars immer gewesen ist. Also wie man sieht, wird es auch hier überhaupt nicht irgendwelche politischen Botschaften geben, sondern einfach um eine gute Story gehen, wie auch George Lucas sie erzählt hat. Oh ja, und dann wird es natürlich noch den neuen Star Wars Film geben, der die Begeisterung für das Star Wars Universum bei den Fans komplett neu beleben wird. Und wie plant Kathleen Kennedy das zu tun? Indem sie einfach Daisy Ridley als Rey zurückholt. Eine perfekte Idee. Rey, deren Einführung praktisch den Anfang vom Ende dargestellt hat, den Anfang von einer Star Wars Ära, in der Fans nicht länger unterhalten werden sollen, sondern von Lucasfilm die richtigen politischen Einstellungen beigebracht bekommen. Man kann nur eines sagen, danke. Gut, aber trotzdem ist es wichtig, eines zu unterscheiden. Die Schauspieler von den Figuren, die sie verkörpern. Die Figuren, über deren Handlungen nicht sie entscheiden, sondern Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten und, äh, Präsidenten. Und da ist auch die Grenze zur wirklichen Diskriminierung, meines Erachtens. Wenn man eine Rey kritisiert oder eine Reaver oder eine Admiral Holdo oder eine Rose Tico, weil sie als Figuren einfach lächerlich sind, sollte das absolut legitim sein. Wenn man allerdings die Schauspieler persönlich angreift, ja dann ist es gemein und unpassend und rassistisch und sexistisch und was auch immer. Und da wird in der modernen Berichterstattung vieler Medien einfach nicht mehr wirklich unterschieden. Warum nicht? Ja, weil es einfacher ist. Weil man die Angelegenheiten nicht weiter hinterfragen muss. Eine Produktion floppt, trotz wichtiger Botschaft darin, um die sich jede Star Wars Produktion am besten drehen sollte? Tja, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Produktion ein Witz ist und einfach nur eine Beleidigung an das Ursprungsmaterial. Nein, nein. Wenn sie schlechte Kritiken einfährt, kommen diese Kritiken nur von Trollen und Hatern, die in ihrem Weltbild ohnehin zurückgeblieben sind und keine Veränderungen wollen. Aber gegen diese Verallgemeinerung ist Daisy Ridley jetzt aufgestanden und zwar in einem NBC News Interview von vor einigen Tagen. Eine Moderatorin möchte wieder auf den Zug aufspringen und kommt mal wieder auf, die vielen toxischen Star Wars Fans zu sprechen. Besonders jetzt, nachdem offenbart wurde, dass Charmaine Obaid-Ginoy als erste Frau die Regisseurin eines Star Wars Films werden wird. Als ob das irgendwelche wahnsinnigen Errungenschaften bedeuten würde, nachdem einige Frauen bereits die Regisseurinnen für Star Wars Serien gewesen sind. Aber wie auch immer. Dass Charmaine Obaid-Ginoy allerdings bisher Dokumentarfilme gemacht hat und keinerlei Erfahrung mit Multimillionen Dollar Hollywood Produktionen hat und es einfach nur mehr als offensichtlich ist, dass sie nicht für ihre Qualifikation als Spielfilmregisseurin gewählt wurde, sondern aufgrund ihrer Arbeit als Aktivistin für Frauenrechte und Fans das seltsamerweise auch checken, dass es wieder mal nicht um Star Wars eigentlich geht, sondern wieder einmal mehr um Politik, ist eine andere Geschichte, die wir in einem anderen Video behandeln. Auf jeden Fall wollte, dass die Moderatorin im Gespräch mit Daisy Ridley jetzt wieder aufgreifen, worauf Daisy Ridley Folgendes sagt. Also übersetzt sagt sie, dass sie denkt, dass die Dinge einfach von den Medien komplett aufgeblasen werden und dass sie immer das Gefühl hatte, dass Fans nicht toxisch, sondern eher wunderbar und unterstützend zu ihr gewesen waren. Und widerspricht damit dem Prinzip, dem bisher geltenden Lucasfilm-Kennedy-Narrativ, dass die Star Wars-Produktionen in letzter Zeit deshalb so floppen, nicht weil sie einfach schlecht sind, sondern weil Fans sie aufgrund ihrer Toxizität boykottieren. Daisy Ridley erinnert in diesem Interview, wie auch in anderen Interviews übrigens, noch einmal sehr deutlich, dass Schauspieler oft komplett andere Menschen sind als die Figuren, die sie darstellen. Natürlich nicht immer und viele sind auch einfach nur komplett kaputt in der Birne. Ganz ehrlich, welcher mit 20-Jährige würde eine riesige Hollywood-Rolle einfach ausschlagen, noch dazu, wenn der Name Star Wars draufsteht, ein Name, der 2015 noch etwas bedeutet hat. Und nachdem Daisy Ridleys Filmkarriere nach den Star Wars-Filmen nie wirklich in die Gänge gekommen ist, anders als die von Adam Driver zum Beispiel, wer kann es ihr verübeln, dass sie das Angebot jetzt annimmt und als Ray zurückkommt? Am Boden gebliebte Schauspieler wie Daisy Ridley haben nichts mit der Störung von Star Wars zu tun, das sollten wir uns an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen. Egal, was bei dem Film letzten Endes auch rauskommen wird. Dass Star Wars sich in seinem aktuellen Zustand befindet, geht einzig und allein auf die Kappe der Studioführung. Danke fürs Reinschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ist gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnte ich auch dieses Video interessieren, indem wir uns die Details zum neuen Star Wars-Film ein bisschen genauer ansehen. Habt ihr generell Lust auf gute Geschichten, dann holt euch jetzt bei den Familiar Vester auf Amazon. Alles Gute euch auf jeden Fall und bis bald.